Hallo lieber Steinbock und Willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den April 2024. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch, so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist, lieber Steinbock. Zu Beginn stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Damit mache ich auch den Anfang. Das ist das Seelenreise-Tarot von Julia Auchelia. Und ich verhinde ebenfalls auch dann noch andere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, steigen wir doch ganz einfach mal ein in deine Monatslegung für den April, lieber Steinbock. Und schauen mal, was da alles auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich im Monat April. Denkt daran, das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, okay? Okay, Steinbock. Schauen wir uns das doch mal an. So, Steinbock. Sonne, Mond, Ascendant, Venus. Steinbock, Sonne, Mond, Ascendant, Venus, April. Was bringt jetzt der kommende April dem Kollektiv der Steinböcker? Steinböcker. Was hält jetzt der April für die Steinböcker bereit? Nummer eins. April Steinbock. Capricorn im Englischen. Steinbock, April. Bitte weitere Einsichten. Jetzt für die Steinböcker. Im April, okay. Das ist die, die unbedingt wollte. Die ist, ähm, die habe ich nicht aus den Augen verloren. So, die anderen muss ich mal eben aufheben. So. Aber die stach auf jeden Fall heraus, ne? Okay. So, es geht weiter. Jetzt hätte ich ganz gerne noch zwei Karten. Zwei Karten jetzt bitte noch für die Steinböcker. Jetzt im April. Nummer vier. Und noch eine bitte. Oh, da haben wir sie. So. Okay, lieber Steinbock. Das Ganze lege ich dir erst einmal natürlich so wie immer ordentlich in die Kamera. Und dann geht es los mit deinem Reading. Ich muss bisher sagen, bei all den Sternzeichen, die ich jetzt bis jetzt aufgenommen habe, du bist jetzt quasi das Zehnte. Da ich ja immer nach der astrologischen Reihenfolge gehe. Also die Energien, die waren schon recht seltsam. Was meine ich mit seltsam? Naja, das kann jetzt wirklich daran liegen, dass im April rückläufiger Merkur ist. Aber dennoch denke ich, der April kann schon hier und da relativ intensiv werden, was nicht unbedingt negativ gemeint ist, ne? Ich kann es nicht so richtig greifen. Wir müssen auf jeden Fall natürlich mal schauen, was jetzt bei dir persönlich sich jetzt hier eben so zeigt, ne? Okay, Steinbock. Ich würde sagen, wir beginnen. Und ich beginne mit der Karte jetzt hier für dich unten drunter. Und dann kann man sagen, das ist jetzt für dich im April die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Aber wie dem auch sei, die Karte drunter enthält für dich auf jeden Fall, lieber Steinbock, wichtige Hinweise. Die ist also auch auf jeden Fall zu beachten. Okay, lass uns mal starten. Da haben wir jetzt hier für dich die Drei der Kelche. Also die Drei der Kelche ist an sich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Energie, ne? Wir sehen hier drei Menschen, wie sie hier anstoßen. Also kann es hier durchaus wirklich Grund zum Feiern geben. Vielleicht hast du jetzt wirklich im April einen Grund zum Feiern, lieber Steinbock. Vielleicht gehst du auf ein gesellschaftliches Ereignis, auf eine Hochzeit, auf einen Geburtstag vielleicht auch. Das kann es jetzt hier bedeuten. Also generell kann es ebenfalls auch sein, dass hier etwas erreicht wurde, ja? Dass etwas vollendet wurde. Und deswegen hat man hier schon ja Grund zum Anstoßen, weil sich hier etwas sehr gut entwickelt hat. Weil etwas genauso gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist so wirklich die klassische Feierenergie. Das kann doch wirklich bedeuten, dass du jetzt vermehrt im April feierst. Man kann bei den Drei der Kelchen grundsätzlich auf jeden Fall sagen, es geht hier auf jeden Fall natürlich um deine Umgebung. Möglicherweise auch direkt um deine Freundschaften. Deine Freundschaft. Wir sehen hier mehrere Leute auf jeden Fall. Also geht es hier um deine Umgebung. Es geht hier also um die Menschen, mit denen du grundsätzlich abhängst, auf Deutsch gesagt. Mit denen du so rumhängst, so ein bisschen. Mit denen du es hier zu tun hast. Also geht es hier schon sehr, sehr stark hier um deine Umgebung. Lass uns mal drunter schauen. Da haben wir jetzt hier die Mäßigkeit. Bei der Mäßigkeit darf jetzt hier etwas in die Harmonie, in Frieden, aber auch in die Heilung kommen, lieber Steinbock. Das ist ebenfalls auch so eine Energie von Austausch von Energien. Es ist ebenfalls eine der Kommunikationsenergien. Was ich jetzt hier sehr, sehr interessant finde. Und wir müssen gucken, wie sich dein Reading auf jeden Fall entwickelt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich persönlich steht Reiterkeiche auch manchmal für betäubende Substanzen. In der Regel stoßt man ja mit Sekt oder ebenfalls mit Wein oder sowas an. Und das ist halt nur Alkohol, also somit ebenfalls auch betäubende Substanzen. Und deswegen sagt hier die Mäßigkeit ja, es geht hier darum, etwas in den Frieden, die Harmonie ebenfalls auch wieder zu bringen. Das Weitere wird ja auch auf jeden Fall gesagt, sollte es nicht darum gehen. Dann habe ich hier den Eindruck, lieber Steinbock, dass es darum geht, dass du wieder zurückfindest in deine Kraft, in deine Power. Die Mäßigkeit, da geht es wirklich darum, den roten Faden wieder zu finden. Sich selber ebenfalls auch zu zentrieren, auch auf jeden Fall. Ich würde sagen, Steinbock, wir gucken jetzt ganz einfach mal, was hier alles rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten Karte und da haben wir jetzt für dich im Monat April die Energie des Keichbuben. Okay, der Bube der Keiche ist jemand, der zeigt auf jeden Fall seine Gefühle. Das ist jemand, der zeigt seine Gefühle. Der ist sehr liebevoll, sehr fantasievoll, verspielt auch auf jeden Fall in Flirtlaune. Das kann es jetzt hier bedeuten, dass du jetzt vermehrt jetzt im April auch wieder in Flirtlaune vielleicht kommst. Es kann bedeuten, dass hier jemand liebevoll auf dich zukommt. Der Bube der Keiche, das ist, wie ich schon eben gesagt habe, der zeigt seine Gefühle. Also kann es gegebenenfalls bedeuten, dass hier jemand auf dich zukommt, der dir ein Kompliment macht, der dir seine Gefühle gesteht zum Beispiel auch. Vielleicht auch so etwas wie eine Art Liebeserklärung, Verlobung, Heiratsantrag passt hier ganz gut zu den drei der Keichen. Das kann unter anderem auch die Energie der Hochzeit sein. Also das zum einen natürlich, lieber Steinbock, und wir müssen natürlich schauen, wie sich dein Reading jetzt hier auf jeden Fall entwickelt. Also man hat hier auf jeden Fall schon, ja, Energie von Verliebtheit ist das. Das ist die Energie der Verliebtheit, kann man sagen. Es kann bedeuten, dass du dich verliebst, dass du dich sozusagen verliebst. Okay, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Eine weitere drei, die drei der Münzen, ist die Energie der Teamarbeit. Also hier bei dir scheint es auf jeden Fall auch noch um andere Menschen zu gehen. Entweder zum Beispiel andere Familienmitglieder, deine Freunde, deine Kollegen. Das kann es jetzt hier wirklich bedeuten. Also hier kann es durchaus sein, dass du jetzt hier zusammen mit anderen zusammenarbeitest, um hier etwas zu perfektionieren sozusagen. Das ist hier eine klassische Arbeits- und auch Fleißenergie, wo es ebenfalls auch um Hingabe geht. Das Berufliche kann jetzt hier eine Rolle spielen. Und es kann jetzt also sein, dadurch, dass ihr, ich sage jetzt ganz einfach mal ihr, weil das ist die Teamarbeitsenergie, das kann also wirklich bedeuten, dass ihr an etwas arbeitet und dieses, ja, dieses Auszahlen kann hier gegebenenfalls auch noch im Verborgenen sein. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, lieber Steinbock, das ist die Energie für die Dankbarkeit, für sehr gute Entwicklungen. Das ist die Erntezeit, was ich bei einigen von euch vielleicht noch im Verborgenen, was noch im Verborgenen ist. Das kann es jetzt hier wirklich bedeuten, lieber Steinbock. Ne, zum Beispiel, ähm, arbeitest du an einem Projekt, entweder wirklich im Team oder alleine, das kann es bedeuten. Und, ähm, die Vereindung, sage ich jetzt ganz einfach mal, die ist vielleicht auch noch im Verborgenen oder zeigt sich ab April. Das kann es ja durchaus sein, ja. Okay, ähm, Bube der Kelche und drei der Münzen, ähm, kann es jetzt auch bedeuten, dass du jetzt hier zusammen mit jemand anderem zusammenarbeitest. Das hier kann ebenfalls auch ein Gegenüber sein, ne, jemand, der sehr fantasievoll ist, ähm, der sehr kreativ ist ebenfalls auch, sehr gefühlvoll, liebevoll, sehr sanft, ne. Okay, lass mal sehen. Was haben wir hier? Das ist ja die, die rausgefallen ist, die nicht aus den Augen verloren habe. Das sind die sieben der Schwerter. Also, lieber Steinbock. Hier kann es wirklich bedeuten, im besten Fall, dass man hier gewisse Pläne und auch Strategien entwickelt, um hier etwas zu perfektionieren, damit man dann auf jeden Fall Grund zum Feiern hat, damit sich hier etwas auszahlt, ne. Das kann es jetzt zum einen bedeuten, dass hier gewisse Strategien und Pläne entwickelt werden, ne. Ähm, ich, ich muss jetzt trotzdem auch noch ein anderes Szenario nennen, weil es sind hier mehrere Szenarien möglich, allein deshalb, weil es ein allgemeines Orakel ist, ne. Und du musst wirklich mal schauen, wie und ob das Ganze dann für dich passt. Des Weiteren kann es ebenfalls auch bedeuten, dass sich hier jemand vor der Arbeit drückt, ne. Weil die sieben der Schwerter ist auch oftmals die Energie, wo man sich aus dem Staub macht, wo man sich aus der Affäre zieht, wo man sich vor der Verantwortung auch gegebenenfalls drückt, wo man, ja, wo man die Verantwortung für sein Handeln auch auf jeden Fall nicht übernimmt, ja. Hier macht sich jemand aus dem Staub. Hier kann es sein, dass jemand total feige ist, ne. Ja, es kann wirklich bedeuten, dass sich hier jemand vor der Arbeit drückt, dass jemand flieht vor Verantwortung vielleicht auch, vor Arbeit. Das kann es jetzt hier durchaus bedeuten, ja. Sieben der Schwerter, in der Spiegelung zu den Buben der Kelche, lieber Steinbock, kann jetzt wirklich darum gehen, dass hier jemand dem anderen Honig ums Maul schmiert, auf Deutsch gesagt Honig ums Maul schmiert, ne. Sorry jetzt für meine Wortwahl, aber ich sage das jetzt nur so, damit du mich verstehst. Also hier kann es wirklich bedeuten, hier möchte jemand den anderen um den Finger wickeln, ja. Wie gesagt, der Buben der Kelche, das ist jemand, der flirtet sehr gerne, der macht gerne Komplimente. Boah, du bist so wundervoll, ich bewundere dich und ach, du bist so toll und, ne. Ja, aber mit den sieben der Schwerter, lieber Steinbock, wäre ich hier ganz eindeutig vorsichtig, ne. Dadurch, dass wir jetzt hier eine zweite 3 haben mit den 3 der Münzen und auch mit den 3 der Kelchen, kann es gegebenenfalls auch bedeuten, dass es bei einigen von euch um eine Art Dreieckskonstellation gehen kann. Weil die sieben der Schwerter ist nun einmal die Energie von Lügen, Täuschung, Selbsttäuschung, Verrat, ja. Ja, auch das kann jetzt hier eine Rolle spielen, lieber Steinbock, ich muss es trotzdem erwähnen. Was haben wir hier? Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich würde hier nichts, na, ich will es nicht unbedingt sagen, ich würde jetzt hier nichts unbedingt glauben, was jetzt hier ein Gegenüber sagt oder so, aber das, was jetzt hier ein Mensch sagt oder tut oder sonst irgendetwas, ich würde das nicht unbedingt für bare Münze nehmen, okay. Was haben wir hier? Eine weitere 3. Die Zahl 3, ja, kann unter anderem natürlich, die steht für Kreativität, sie steht für kreative Lösungen, sie steht in der Hohen Arcana für die Herrscherin und da geht es auch um Reife, um Wachstum, Kreativität, ne. Ja, Teamarbeit kann jetzt hier durchaus eine Rolle spielen. Im allerbesten Fall, lieber Steinbock, geht es hier durchaus wirklich darum, mit den sieben der Schwertern Pläne zu entwickeln, strategisch klug auch vorzugehen, um hier langfristig gesehen etwas zu erreichen, um etwas zu vollenden, damit man dann auf jeden Fall auch Grund zum Feiern hat. Natürlich, das wäre jetzt hier der allerbeste Fall. Na, weil die 3 der Stäbe, das ist die Energie, die wirklich sagt, langfristig gesehen sieht das alles wirklich sehr, sehr gut aus. Geduld ist erforderlich. Also hier sieht man, hier werden Pläne geschmiedet, bei einigen von euch. Hier geht es darum, strategisch und auch sehr, sehr klug vorzugehen, ja. Es kann gegebenenfalls auch bedeuten, dass der Bube der Kelche mit einem Angebot hineinkommt, ja. Trotzdem bin ich ein kleines bisschen stutzig durch die sieben der Schwerter, ne. Weil ich muss ja sagen, es gibt auch noch eine andere Karte, die für Strategie steht und auch ebenfalls für Planung. Wir müssen gleich mal gucken, was sich jetzt hier zeigt. Auf jeden Fall ist die Energie, die 3 der Stäbe, die besagt, hier geht es um Erwartungen. Hier geht es um Optimismus, Zuversicht. Man ist hier sehr zuversichtlich und schaut hier wirklich nach vorne und ist sehr, sehr gespannt, was die Zukunft so bringt. Also hier wird auf jeden Fall etwas für die Zukunft getan, lieber Steinbock, ne. Vielleicht hast du ebenfalls aber auch vor zu verreisen oder umzuziehen, ne. Oder vielleicht auch arbeitstechnisch. Musst du hier vielleicht öfters verreisen oder bist öfters unterwegs. Auch das kann es bedeuten, okay. Lass mal sehen, was wir jetzt hier haben. Das Rad des Schicksals. Okay, interessant. Das Rad des Schicksals steht hier immer für Züglern. für die Höhen und Tiefen des Lebens, für Veränderungen. Das Rad des Schicksals steht für Karma, für Zyklen, die zu Ende gehen und auch für Zyklen, die sozusagen neu begonnen werden. Also es kann jetzt hier wirklich bedeuten, dass jetzt hier ein Zyklus auf dich wartet. Ein positiver oder ein nicht ganz, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ein negativer. Wir müssen dann auf jeden Fall schauen, was dann noch die anderen Karten hier auf jeden Fall sagen werden. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir hier einen Kreis haben, es ist ja auch da, es ist ein Rad, logisch, dass das ein Kreis ist oder logisch, dass das rund ist. Steinbock, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass es durchaus hier jemanden gibt, bei einigen von euch zumindest, der sich hier Dinge dreht und wendet, so wie er oder sie es braucht. Ja, das nehme ich hier auf jeden Fall wahr. Es kann ja durchaus sein, dass sich hier jemand vor Arbeit drückt, vor einer bestimmten Tätigkeit oder vor Verantwortung oder 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 oder. Das weißt du jetzt sozusagen am besten. Aber hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, jemand dreht und wendet etwas, wie er oder sie es gerade wirklich braucht. Natürlich kann es jetzt auch bedeuten, mit dem Rad des Schicksals, dass jetzt hier ebenfalls ein Zyklus zu Ende geht und das kann durchaus jetzt hier die Arbeit sein oder dieses Projekt sein, an das hier wirklich gearbeitet wird oder aber wurde. Dann kann es durchaus sein, mit dem Rad des Schicksals, dass sich hier ein Ende abzeichnet. Okay, so ich wollte sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Kartendeck und jetzt verwende ich für dich das Stargazing Oracle, lieber Steinbock. Dazu gibt es jetzt keine Verpackung, das gibt es im Onlineshop Etsy.com, falls es dich interessiert. Okay, nehmen wir mal zurück. Natürlich kann das jetzt auch bedeuten, dass du dich vielleicht vor einer Verantwortung, vor einer Arbeit drückst. Das kann natürlich sein, lieber Steinbock, ich kenne dich jetzt gerade nicht. Ich meine, das wäre jetzt für euch Steinböcke sehr untypisch, muss ich sagen. Ja, ich muss das Ganze natürlich sehr, sehr allgemein deuten und du musst gucken, wie das Ganze wirklich für dich passt, okay? Aber ich habe hier schon so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt hier der Bube der Kelche durchaus für ein Gegenüber stehen kann. Es kann sich hierbei, wie gesagt, um eine Dreieckskonstellation handeln. Jemand, der flirtet, jemand, der, Bube der Kelche, jemand, der flirtet, der zeigt seine Gefühle. Ach, du bist so toll und ach, ich bewundere dich und du bist so schön und dies und das. Ach ja, ne? Aber mit den sieben Beschwertern wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es kann durchaus sein, dass ja dieser Mensch einen gewissen Plan, eine gewisse Strategie verwendet, um vielleicht gegebenenfalls wirklich das zu bekommen, was er oder sie möchte. Ja. Okay. Ich bekomme ebenfalls auch gerade rein, dass es durchaus sein kann, dass hier etwas oder das ein Zyklus, in dem du jetzt gerade drin dich befindest, dass da eine gewisse Stagnation ist, dass es dir vielleicht wirklich schwerfällt, aus dieser Angelegenheit, aus dieser Situation wirklich herauszukommen. So bekomme ich das ebenso als auch gerade rein, lieber Steinbock. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was sagen jetzt noch die kommenden Karten? Weitere Energien bitte jetzt für die Steinböcker im April. April Steinbock. Weitere Einsichten jetzt bitte. Steinbock. Und wie gesagt, wir haben ja rückläufigen Merkur im April. Also Vorsicht hier wirklich vor Betrüger, die ebenfalls unterwegs sind, weil das kommt vor bei einem rückläufigen Merkur. Ebenfalls könnten da auch vermehrte Lügen fallen, dass man Dinge sagt, die man nicht unbedingt so meint. Also da vielleicht ein kleines bisschen Vorsicht. Okay. Weitere Einsichten jetzt bitte für Steinbock. Jetzt im April. Okay. Da haben wir die beiden. Ich fange jetzt aber mit der Karte an, die ich jetzt hier schon vor mir sehe. Das ist die Karte, das ist der Flower Moon, der Blumenmond. Es geht ja also bei dieser Energie um Erntezeit. Aha. Es geht hier um eine Feier, eine Feierlichkeit. Etwas manifestiert sich. Das ist die Energie des Blumenmondes. Zum einen. Wir müssen mal gucken, was dann noch die anderen Karten sagen. Da wird man dann hier das alles schön kombinieren können. Aber hier wird gesagt, hier wird auf jeden Fall etwas ab April für dich Früchte tragen. Etwas wird sich hier auf jeden Fall manifestieren, lieber Steinbock. Das ist ja ebenfalls auch die Energie der Schönheit, aber auch die Energie des Spaßes, des Feierns. Und das haben wir hier mit den drei der Kelchen. Also es kann gegebenenfalls auch einfach wirklich bedeuten, dass du jetzt vermehrt wirklich feierst. Ja. Das ist nämlich hier auf jeden Fall so warm. Das ist aber auch eine Energie der Heilung und auch des Wachstums. Washing away sorrow. Also hier geht es darum, ebenfalls aber auch Leid wegzuwaschen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, was noch die anderen Karten sagen. Okay. Was haben wir hier für dich für den Monat April von der Karte drunter? Das ist das vierte Haus. Okay. Bei dem vierten Haus geht es auf jeden Fall um deine Wurzeln, deine Herkunft. Da geht es um die Familie, dein Zuhause, was also für dich jetzt im Monat April eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich spüre für dich jetzt bei dem vierten Haus, dass es sehr, sehr stark darum geht, dich sehr, sehr gut auch um dich zu kümmern, lieber Steinbock. Selbstfürsorge, Selfcare ist hier auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für dich im April. Dass du dich um deine Emotionen, dass du dich um deine Bedürfnisse, aber auch um deine Emotionalbedürfnisse kümmerst. Das nehme ich hier auf jeden Fall sehr stark wahr. Das Weitere kann es hier ebenfalls aber auch um Kindheitsthemen gehen. Kindheit, Washing Away Sorrow. Also hier kann es sein, dass es da gegebenenfalls bei einigen von euch noch etwas aus der Kindheit gibt, was jetzt hier Heilung erfahren darf. Na? Ich habe auch bei einigen von euch schon so ein bisschen das Gefühl, weil die Karte steht auch für das Wachstum. Ich glaube, ihr wachst auf jeden Fall aus euren alten Schuhen heraus. Es können Kindheitsschuhe sein, es können aber auch einfach bedeuten, dass du jetzt auch immer authentischer wirst, lieber Steinbock. Dass du jetzt immer wieder zurückfindest zu dir selbst, in deiner Energie zurückfindest. Okay? Gut. Was haben wir denn hier für dich? Das ist der Vollmond. Auch das ist eine Energie des Feierns durchaus. Eine Energie der Manifestation. Etwas manifestiert sich hier für einige von euch im Monat April. Das ist die Energie der Segnungen, natürlich Blessings. Es geht darum, etwas loszulassen, was dir eben nicht länger dient. Und es geht darum, die Vergangenheit loszulassen für einige von euch. Also hier kann es durchaus darum gehen, lieber Steinbock, dass es da noch etwas gibt aus deiner Vergangenheit, was jetzt hier wirklich geheilt werden darf und was ebenfalls auch eine Heilung erfährt. Das ist hier auf jeden Fall schon zu sehen. Des Weiteren geht es auf jeden Fall darum, ja, hier wieder in deine Power zu kommen, deine Energie wieder aufzuladen. Es kann also bedeuten, dass du in der letzten Zeit sehr wenig Power hattest, sehr wenig Energie. Dann geht es auch mit dem vierten Haus darum, Self-Care. Kümmere dich gut um dich. Erde dich. Tu Dinge, die dir wirklich sehr, sehr gut tun, lieber Steinbock. Das ist hier auf jeden Fall gesagt. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Bei einigen von euch geht es hier wirklich darum, etwas wird hier vollendet. Etwas wird vollendet. Etwas endet hier. Ein Zyklus geht zu Ende. Passt auch ganz gut zu dem Schicksalsrat hier. Es kann durchaus sein, lieber Steinbock, dass dieser Heilungsprozess ebenfalls jetzt nun auch sein Ende findet. Wir gucken mal. Was haben wir hier? Merkur. Merkur ist die Energie deiner Gedanken, deiner Ideen, aber auch der Kommunikation, des Lernens. Vielleicht möchtest du hier etwas Neues lernen. Es geht darum, vielleicht möchtest du, falls es dir wirklich hilft, einfach mal deine Gedanken niederschreiben, die du in Bezug auf eine bestimmte Thematik hast, um das Ganze vielleicht für dich sozusagen zu verarbeiten. Des Weiteren kann es auch bedeuten, dass hier eine Nachricht, eine Neuigkeit hereinkommt, wo es hier Grund zum Feiern gibt, lieber Steinbock, für dich persönlich. Das ist durchaus auch gesagt. Weil Merkur ist auch die Energie der Nachrichten, der Neuigkeiten natürlich. Ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch hier durchaus heilen können, etwas verarbeiten können, indem ihr darüber redet. Was haben wir hier? Die beiden Karten wollten zusammen. Das ist jetzt hier der Dreiviertelmond. Okay. Hier geht es um Vergebung, Kontemplation, Reflexion. Alles ist nicht verloren. Veränderungen sind hier erforderlich in deiner Angelegenheit. Okay. Ich nehme hier so ein bisschen wahr, einige von euch. Ihr verwendet möglicherweise für etwas Ausreden, warum etwas nicht klappt. Das nehme ich hier so ein bisschen wahr. Das kann aber wenige von euch betreffen, wie gesagt. Das ist die Energie der Reflexion. Also hier kann es durchaus sein, lieber Steinbock. Ja, es kommt noch mal eine Zeit auf dich zu, der Reflexion, der Innenschau, der Kontemplation, wo hier wirklich noch einmal Leid weggewaschen werden darf, wo es darum geht, wirklich zu heilen. Ich habe bei vielen von euch wirklich das Gefühl, dass ihr da wirklich sehr, sehr gute Fortschritte macht. Weil wir haben hier durchaus die Energie, ja, der inneren Arbeit, Vollmond, etwas loslassen, loslassen der Vergangenheit, was im April eine Rolle spielen wird. Aber trotzdem glaube ich auch gleichzeitig, dass viele von euch es ab April schaffen werden. Ja, das nehme ich hier auch, sehr, sehr stark warm. Okay, das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende, Steinbock, das ist das ätherische Alchemist-Tarot. So, dann gucken wir doch mal weiter. Trotzdem sehe ich wieder, dass einige von euch wieder mehr in Feierlaune sein werden. Hier in einer geht es feiern, celebration, feiern, celebration, feiern und hier die drei der Kirches sagen etwas, ja, ähnliches im Prinzip, ne? Ist ja schön. Natürlich darf man hin und wieder nicht vergessen, das Leben zu genießen, ne? Trotz diesen ganzen Heilungsprozesses und so weiter und so fort, ja, hier geht es darum, wirklich etwas loszulassen, was hier einfach nicht länger dient. Das hat was zu tun mit deiner Vergangenheit, hier mit dem Vollmond und vor allem auch hier etwas mit dem vierten Haus, was eine Adel-Thematik sein kann, Heilung der Abstammung, Heilung eines Vater-Themas, Heilung der Mutterlinie, na, das ist hier bei einigen von euch hier auf jeden Fall natürlich auch denkbar und sichtbar, dass es auf jeden Fall darum geht. Und, lieber Steinbock, lass mich dir sagen, du bist damit nicht alleine. Es geht so vielen Sternzeichen so und ich denke, ich bin gespannt, was jetzt noch bei Wassermann und bei Fische rauskommt, aber bei allen bis jetzt habe ich gesehen, ja, da wird einiges wirklich geheilt. Na, da geht es wirklich darum, sich Dinge anzuschauen, damit sie Heilung erfahren. Weil die Welt befindet sich momentan wirklich in einem Aufstiegsprozess, in einem Transformationsprozess und auf Deutsch gesagt kommen dann nun einmal die Leichen im Außenkeller. Na, alles, was unter den Teppich gekehrt wurde, kommt nach oben. Ja, nicht um euch oder um dich zu ärgern, sondern damit es geheilt, transformiert wird. Okay? Oh, die wollte, die wollte auch. Okay, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Die sind jetzt einfach so rausgefallen. So, es geht weiter. Weitere Energie jetzt bitte für die Steinböcker, jetzt im April. Ja, ich hätte ganz gern noch einer. Für Steinbock, jetzt im April, noch eine Karte aus diesem wundervollen Terror. April. Was bringt jetzt der April? Noch dem Steinbock. April. Da haben wir sie. Sehr schön. So, drunter folgende Energie für dich, dein Name. Okay. Bei dem Nachhinein geht es auf jeden Fall natürlich darum, einen Glaubenssprung zu wagen. Es geht darum, sich etwas mehr zuzutrauen, ein Risiko einzugehen. Es kann gegebenenfalls auch wirklich für dich bedeuten, dass du vor etwas komplett Neuem stehst, wo du vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dich unsicher fühlen könntest. Der Nahe, das ist immer wirklich der Beginn eines komplett neuen Lebensabschnitts, eines komplett neuen Zykluses, wenn du es so möchtest. Und hier mit dem Rat des Schicksals wird ja hier gesagt, ein Zyklus geht hier zu Ende. Und auch die Vollmondenergie sagt, hier geht es darum, dass etwas losgelassen wird. Etwas wird vollendet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Nahe, dadurch, dass das jetzt hier unter dem Kartenrand ist, glaube ich, dass es wirklich eine Energie ist, die noch im Verborgenen ist. Okay. 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 Ich bekomme gerade für dich den Satz rein, lieber Steinberg. Aufkeimendes Leben ist noch anfällig und braucht behutsame Pfleger. Das ist ein Satz aus irgendeinem Kartendeck im Begleitbuch stand der Satz. Ich weiß nicht mehr genau wo. Also aufkeimendes Leben ist noch anfällig und braucht behutsame Pfleger. Okay. So habe ich das gerade reinbekommen. So. Was haben wir hier für dich? Drei der Stäbe schon wieder. Eine wiederholende Karte. Interessant. Wiederholende Energien sind immer, ja, das ist immer so eine Botschaft mit so einem Unterstrich, weißt du? Also mit so einem dicken Stift unterstrichen, kann man ebenfalls sagen. Also es hat eine doppelte Wichtigkeit. Also, drei der Stäbe, da geht es um gewisse Vorhaben. Da geht es wirklich darum, Pläne zu machen. Das kann gegebenenfalls bedeuten, dass du jetzt auch wirklich auch ab April wieder beginnst, zuversichtlicher und voller Optimismus auch wieder nach vorne zu blicken. Es kann sein, dass du jetzt noch gewisse Erwartungen hast, was du vielleicht auch ebenfalls verreisen möchtest. Lass mal sehen. Was haben wir hier? Der Tod. Oh krass. Okay. Der Tod, das ist die Energie des Loslassens. Das ist die Energie des Abschiednehmens. Etwas geht zu Ende. Etwas wird hier auf jeden Fall gewandelt, lieber Steinbock. Das ist das, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Transformation, Regeneration, das ist auch wirklich die Energie, ja, wie Phönix aus der Asche. Das ist wirklich das, was jetzt auf einige von euch im April zukommt. Eine Wandlung hier auf jeden Fall. Wow, krass. Was haben wir hier? Sieben der Münzen. Bei den Sieben der Münzen, hier bei Steinbock, geht es hier auf jeden Fall natürlich darum, Geduld zu haben. Geduld zu haben und vor allem ganz, ganz wichtig darauf zu achten, wem oder was du deiner Aufmerksamkeit und deiner Energie schenkst. Ist dieses oder jenes wirklich wert? Deine Energie, deine Arbeit und so weiter wirklich wert? Was hat jetzt für dich oberste Priorität, lieber Steinbock, im Monat April? Das darfst du dich jetzt ebenfalls fragen. Natürlich ist das auch die Energie. Ich nehme hier einen Aufstieg wahr. Aufsteigende Kundalini-Energie nehme ich hier sehr stark wahr. Durch das, ja, das wird mir hier so gezeigt, durch die Münzen jetzt hier und auch durch die Schlange. Also was man hier sehen kann, natürlich, lieber Steinbock, du heutest dich, du streifst deine alte Haut ab und deswegen kann es jetzt ebenfalls auch nun einmal bedeuten, dass da nochmal sich, ja, dass das ein bisschen schmerzhaft sein könnte, dass es noch einmal mit Kummer verbunden sein könnte, ja, aber dieser Prozess diente ja ebenfalls. Was haben wir hier für dich? Das ist der Ritter der Münzen. Also hier in dieser Situation, lieber Steinbock, wird hier auf jeden Fall gesagt, habe hier Geduld. Auch die drei der Stäbe können für Geduld stehen, ja. Habe Geduld. Auf lange Sicht gesehen sieht es sehr, sehr gut aus, ja. Das ist auch die Botschaft der drei der Stäbe. Habe Geduld. Es sieht gut aus. Bleibe dran, bleibe optimistisch, gebe hier auf jeden Fall nicht auf, ne. Also man sieht ja auch trotzdem, dass du auf jeden Fall auch natürlich Geduld hast. Beide Energie steht für Geduld und der Ritter der Münzen ist jemand, der hat es ja sowieso nicht einig. Da ist auf jeden Fall jemand, der bleibt hier wirklich am Ball, auf dem ist Verlass, der ist sehr beständig, sehr solide, ne. Sehr loyal und treu und so weiter und das ist natürlich sehr gut, ne. Jetzt habe ich gerade draußen ein Quietschen gehört. Ja, das war, ich glaube die Katzen draußen spielen. Okay, Steinbock, ich würde sagen, es geht jetzt sofort weiter und jetzt würde ich sagen, bekommst du eine Botschaft von mir aus dem Divine Masters orakel von Kyle Gray. So, sind wir doch mal gespannt, was die aufgestiegene Meister, die jetzt sagen möchten, die bei Steinbock jetzt für den Monat April Okay, was sagen die aufgestiegene Meister für die Steinböcker? Was ist die Botschaft der Steinböcker jetzt im April? Was ist die Botschaft für die Steinböcker jetzt im April? April Steinbock Da haben wir sie. Okay, darunter die Karte wird auf jeden Fall auch gedeutet und da haben wir sie für dich Transending Fear Also hier geht es auf jeden Fall darum, also sich der Angst zu stellen, der Angst ins Gesicht zu sehen führt auf jeden Fall zur Furchtlosigkeit. Hier geht es darum, lieber Steinbock, dass du jetzt ab April wieder deine Kraft annimmst. Dass du wirklich beginnst, deine Kraft wieder anzunehmen und dazu ist es auch notwendig, dass du wieder irgendetwas tust, um hier in deine Power zu kommen und ich bekomme hier ebenfalls auch rein, dass wenn du dich jetzt zum Beispiel einer Sache widmest, zum Beispiel, ich gebe dir jetzt wirklich nur mal ein Beispiel, zum Beispiel beginnst du jetzt wirklich damit Sport zu machen und hast bisher so ein bisschen dazu geneigt aufzugeben, dann wird hier auf jeden Fall schon gesagt, bleibe ich hier wirklich am Ball, habe ich hier Geduld, auch wenn du noch nicht unbedingt sofort Ergebnisse siehst, ja, so bekomme ich das auf jeden Fall rein für dich, bleibe ich hier am Ball oder zum Beispiel möchtest du deine Ernährung umstellen oder dich fernhalten von Social Media, bleib hier dran, sei hier unnachgiebig, sei, was das angeht, auch ein bisschen stur, also so nehme ich das hier auf jeden Fall wahr für dich, hier darf die Angst umgewandelt werden und wie kannst du deine Ängste loswerden, indem du die Angst wirklich Beachtung schenkst, ja, ich will es nicht unbedingt sagen, spring hier ins eiskalte Wasser und mach einfach, um Gottes Willen, ich habe eher das Gefühl oder es fühlt sich jetzt zumindest für mich jetzt wirklich stimmiger an, wenn man sich wirklich hinsetzt und wirklich sich damit auseinandersetzt, einfach mal einatmet, einfach mal wirklich fühlt, ne, ich denke, weil das, was angeschaut wird, lieber Steinbock, das, was angeschaut wird, wird verschwinden, das ist wie, wenn du jetzt mit einer Taschenlampe auf den Schatten zeigst, so, weißt du, dann verschwindet der Schatten, so, was haben wir hier für dich jetzt nun für einen aufgestiegenen Meister, das sich hier zeigt, das ist jetzt hier Hilarion, interessant, das ist jetzt hier das göttliche Auftauchen, es geht darum, sich zu zeigen, gesehen zu werden und lass die Welt wissen, was für Gaben du hast, ich habe so ein bisschen den Eindruck, lieber Steinbock, einige von euch, ihr habt Angst, euch zu zeigen, mit euren Talenten, das kann es bedeuten, einige von euch, ihr habt möglicherweise auch Angst, euch so zu zeigen, wie ihr wirklich seid, entweder wirklich verletzlich oder aber in eurer Power oder vielleicht beides, das wird jetzt hier ebenfalls auf einige von euch ebenfalls auch zukommen, dass du jetzt auch vermehrt wieder, ja, deine Begabungen einsetzt, sich zu zeigen, Hilarion ist übrigens auch jemand, der steht auch für die Heilung, in einem anderen Kartendeck, in einem anderen aufgestiegenen Meisterkartendeck, ich glaube, es war von Doreen Virtue, meine ich, steht da ebenfalls auch für die Heilung und für dein Wohlbefinden, schrägstrich deine Gesundheit, ne, also das kann jetzt hier für viele von euch auch ein Thema werden, im April, ne, okay, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, lieber Steinbock, ist jetzt das Magische Orage der Feen von Doreen Virtue, Ok, was sind jetzt hier die Abschlussbotschaften für die Steinböcker, ok, Nummer 1, die hat sich jetzt beim Mischen umgedreht, so, oh, jetzt höre ich gerade draußen ein Kind weinen, ach oje, ich sage hier immer, was während eines Readings geschieht, das ist alles kein Zufall, ne, ja, vielleicht kann es durchaus sein, dass dein inneres Kind da auch ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit und Liebe braucht, lieber Steinbock, ne, das ist durchaus möglich, weil man sieht ja hier ebenfalls auch noch Kummer und Leid und so weiter und Schmerz, ne, da darf einiges nochmal geheilt werden, und ich glaube und ich bleibe auch dabei bei der Aussage, es würde auf jeden Fall vielen von euch helfen, wenn ihr darüber redet oder darüber sprecht, ne, oder es einfach mal aufschreibt, Tagebuch führt zum Beispiel auch, ne, weil da kann man ja ebenfalls auch einiges verarbeiten und bekommt man doch, und bekommt ebenfalls noch zusätzlich, ähm, gewisse Einsichten und Erkenntnisse, so, weitere Botschaften jetzt noch zum Abschluss für die lieben Steinböcke im Monat April, was bringt der April noch dem Steinbock? Okay, die ist es, Steinbock, April, Ah ja, ja, damit muss ich anfangen, also, Steinbock, zeige deine Individualität, lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend, also was mir das Ganze hier auf jeden Fall sagt, lieber Steinbock, ist auf jeden Fall, durch den Tod, durch Hilarion, sieht man ganz eindeutig, dein wahres Selbst kommt gerade immer und immer mehr zum Vorschein, ja, du bist dabei, dich zu transformieren, du bist dabei zu heilen, du bist dabei, ja, wiedergeboren zu werden, kann man sagen, und eine Art Wiedergeburtsprozess hier mit dem Tod ist oftmals auch mit Schmerz verbunden, ja, und das ist nicht unbedingt immer einfach und hier wird auf jeden Fall gesagt, hey, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich auch auf jeden Fall, wirklich geduldig zu sein, am Ball zu bleiben und auf jeden Fall etwas dafür zu tun, damit es dir auch wieder gut geht, hier, Selbstversorge, das ist für viele von euch ganz, ganz wichtig, kümmere dich um dich, ja, das wird ganz, ganz wichtig, stärke deine, ja, deine Verwurzelung mit Mutter Erde zum Beispiel auch, Erde dich, was haben wir hier, geh weg, okay, verlass diese ungesunde Situation und freu dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen, also du wirst hier auf jeden Fall, zum einen habe ich das Gefühl, geh wieder ein bisschen mehr raus, verlass auch mal ruhig dein Zuhause, geh wieder ein bisschen mehr raus, in die Natur zum Beispiel, schnapp mal frische Luft oder mach einen Kurztrip oder sowas in der Richtung, das kann einigen von euch gut tun, euch hast du es auch sowieso vor, aber generell wird jetzt hier auf jeden Fall gesagt, etwas, was dir nicht länger dient, was dir weiterhin auf lange Sicht schaden wird, davon darfst du dich jetzt hier lösen und verabschieden, lieber Steinbock, was auch immer das hier wirklich ist, ein ungesundes Arbeitsverhältnis, negative Gewohnheiten, Süchte, ja, lass mal sehen, was haben wir hier für dich, sich selbst behaupten, stehe für deine Überzeugungen ein und sage nur ja, wenn du das wirklich möchtest, stehe hier für dich ein, lieber Steinbock, ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr habt Angst davor, ihr habt Angst davor, hier Transcending Fear, Ängste umwandeln, sich Ängsten zu stellen, möglicherweise die Angst davor, sich selbst zu behaupten, das könnte jetzt hier bei einigen von euch der Fall sein und ja, setze hier Grenzen, setze Grenzen und stehe zu dem, was du für richtig hältst, lieber Steinbock, das ist ganz, ganz wichtig und stehe auch zu dir, das wird auf jeden Fall auf dich zukommen, dass du jetzt vermehrt immer mehr zu dir wirklich stehst, okay, so, was haben wir hier? Neue Karriere, okay, deine berufliche Energie richtet sich jetzt in eine positive, neue und erfolgreiche Richtung und was das angeht, darfst du dich so zeigen, wie du wirklich bist, vielleicht geht es ja für einige von euch auch darum, jetzt der Berufung zu folgen, deinem Hobby zum Beruf zu machen vielleicht auch, generell kann das auch wirklich bedeuten, ja, beruflich gesehen wird es jetzt besser, wird es einfacher, ne, vielleicht habt ihr da irgendwie eine schwere Zeit hinter euch, auch das ist es durch, das ist durchaus möglich, ne, also hier kann es wirklich bedeuten, verlasse ein negatives Arbeitsumfeld und gehe beruflich in eine neue Richtung, das kann es jetzt auch sein, lieber Steinbock, okay, so Steinbock, mehr Botschaften habe ich jetzt nicht für dich, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz toll fürs Zusehen und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen, lieber Steinbock, danke fürs Zusehen, hab einen wunderschönen April und ich sage bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss!